Das sind die Top 10 der stärksten Brawler. Auf Platz 10, Charlie. Sie wurde schon verschlechtert, aber ist immer noch stark, gerade mit ihrem Gadget. Platz 9 ist Pearl. Super starkes Gadget, wurde schon verschlechtert, gute Distanz und gut gegen Tanks. Platz 8 ist Sandy. Super stark in 3 gegen 3, ihre Ulti lädt jetzt schneller auf und hat damit eine super Kontrolle für euer Team. Spike hat inzwischen einen Hypercharge, ist sehr stark gegen Tanks, sehr viel Schaden und super gefährlich. Lou hat einen unfassbar starken Hypercharge, mit dem der Gegner instant stunnen kann. Lou hat fast 20% mehr Schaden seit den letzten Balanceänderungen und ist damit jetzt viel zu stark. Cordelius, mit seiner Schattenwelt ist er immer gegen jeden Brawler stark und hat ein super Gadget, das er auch im Nahkampf nutzen kann. Dann kommt Maisie. Vielleicht der beste Brawler für viele im Spiel. Ich hab sie jetzt hier auf Platz 3 gesetzt, mit ihrem Hypercharge. Unfassbar krank. Besser ist tatsächlich noch Edgar. Edgar ist es plötzlich stark, wegen seinem neuen Hypercharge, der sich automatisch auflädt mit dem Gadget. Und auf Platz 1 ist einfach Fang mit seinem neuen Hypercharge und der Ulti ist er der stärkste Brawler im Spiel aktuell. Abonniert mich für mehr Brawlers-Videos.